Ich schalte auf die Glut. Wenn ihr euch ärgert, fangt ihr Schläge rein. Irgendwie verstehe ich das ja. Wenn wir Stress sein, veranstalten wir nämlich Wegenkämpfe. Das Freudenfeuer ist heruntergebrannt. Darf noch ein paar Holscheite auf die Glut? Ja, ich frage mal. Wegfinder, könnt ihr mal für Ruhe sein? Ich verhandle inzwischen weiter mit dem Anfänger. Die Brüge, das Feuer besteht nur noch aus einem wenig Grund. Wir sollten euch darum kümmern. Und dann wird euch das auf dem Parkplatz stehen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.